Hallo liebe Leute, willkommen bei brenn.internet. Heute werden Frauen vorgewaltigt. Also hallo liebe Leute, hallo keiner am Empfangsbolx und hallo Herr Ritter. Ja, wenn der uns hört, das weiß ich ja nicht. Naja, ich glaube, der ist jetzt Fan. Ich glaube auch. Aber ich dachte nur, solange wir im Radio laufen. Ne, 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 der ist jetzt gehuckt. Der erste Shot war kostenlos und jetzt muss er jede Woche wiederkommen. Ei, ei, ei. Herr Ritter, haben Sie das neue Video gesehen? Nein? Na dann gehen wir gleich drauf ein. Wir sind brenn.internet, ein saftiges Aloha von der Datenautobahn von Tino Ranacher. Herr Rodes Armbrust, habe ich jetzt neu gelernt. Und Herr Rodes. Rubian, Rubian, äh, Noster, Raffu. Das klappt jede Woche besser. Es ist der absolute Wahnsinn. Ist das richtig, dass ich jetzt Herr Rodes Armbrust heiße, weil mir ja mit drei oder fünf Jahren mal ein Kumpel mit einem spitzen Bleischiff mit der Armbrust in die Nase geschossen hat? Ja. Ach, gegen die Nase, sorry, nicht falsch verstehen. Ja. Also in die Nase rein, ja. Ins Gehirn. Oder steckst du bis heute drin? Ne, vorne gegen den Nasenrücken, woraufhin ich innere Verletzungen hatte und Blut gespuckt habe. Deshalb sage ich immer in die Nase, aber dann verstehen die Leute, dass es unten ins Nasenloch reinging. Sowas noch nicht. Ja, lol. Liebe Leute, bevor wir einsteigen heute über den brenn.internet, es gibt eine neue Weltordnung ab heute. Also heute ist ja Freitag. Für die, die jetzt Sonntag zuhören, wir nehmen am Freitag auf. Wegen Tino wieder. Toll. Richtig. Ja, ich bin nicht zu Hause. Und am 15.05. hat die neue Weltordnung begonnen. Laut den ganzen Verschwörungsschwurblern. Ab heute werden alle gechippt und das Bargeld wird abgeschafft und so weiter und so fort. Wir können uns freuen. Ab heute wird alles anders. Aber ich habe meinen Chip noch nicht. Wann bekomme ich den? Wo kann ich den abholen? Musst du zu Bill Gates gehen? Okay. Nee, nee. Der ist ja quasi letzte Nacht heimlich rektal eingeführt worden. Echt, ja? Autschi. Okay, habe ich nicht gemerkt. Und dann, äh, saubere Arbeit, würde ich sagen. Eben. Also, ich bin... Habe ich was Schönes von Posterior gelesen. Ich glaube, das war von denen. Bill Gates hat jetzt angekündigt, Covid-20 kommt bald auf den Markt. Ah, nice. Geil. Das ist dann effizienter als Covid-19. Ja. Dann, dann wird es nämlich richtig, dann wird es funktionieren, dass es eigentlich eine Lüge ist und dass es das nicht gibt, aber es uns gleichzeitig alle tötet. Oh, okay. Ja. Aber soweit ich, soweit ich weiß, existiert auch Covid-20 schon. Ich habe jetzt gelesen, dass sogar jetzt Kinder in den USA betroffen sind und es gibt wohl so eine Art Mutation, der auch Kinder betrifft. Und es sind wohl auch schon irgendwie über 100 daran, nicht gestorben, aber haben sich infiziert und konnten aber gerettet werden. Also, das wäre wohl behandelbar. Ja, aber das hängt mit dem Coronavirus zusammen und jetzt sind auch Kinder betroffen. Wir dürfen uns also freuen. Naja, wir müssen einfach nur die Grenzen gegenüber den USA dicht lassen. Dann sind, äh, ne? Stimmt. Ja. Lass die jetzt mal wie die bösen Flüchtlinge behandeln. Da kommen dann bestimmt die Amis bald über ein großes Meer hergeschwommen. Dann sagen wir, nee, äh, äh. Äh, wir sind das wohl. Das kann dauern. Das kann dauern. Ja, ich bitte zu differenzieren zwischen die Amis, die versagende Regierung und die Amis, die armen betroffenen Menschen. Ja, äh. Naja, so halb. Ich sag doch nur, nachher heißt es wieder, es ist political inkorrekt hier. Das wird mir nie tun. Ich habe heute, der erste Satz ist, dass wir ja heute Frauen vergewaltigen. Hallo? Naja, aber das geht ja noch. Ach so. Also ich muss sagen, wer diesen Donald Trump ins Amt wählt, der hat es auch so ein bisschen verdient, einen auf die, ähm, Nüsse zu bekommen. So. Ein bisschen. Nicht tot, aber so ein bisschen. Ja, aber wenn man sich mal so New York anguckt, sind das ja schon die Leute, die einen Trump eher nicht wählen, ne? Und die sind halt hart betroffen gewesen, oder? Fieße ich das falsch, lieber Robin? Äh, New York ist demokratisch, ja. Also überwiegend. Und das ist halt die Scheiße, weil es trifft halt schon viele, die halt eigentlich nicht so trampig drauf sind, die die Scheiße dann abkriegen. Jetzt sind wir schon, also ich, 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 also da, ich mache immer tunlichst, ja, dass ich das Thema eigentlich so ein bisschen umschiffe, weil der so präsent ist. Aber gut, dann sind wir jetzt kurz beim Trump, würde ich sagen. Ja, da ist nämlich diese Woche auch ein bisschen was passiert. Wir haben noch gelesen in den Kommentaren, dass es bei uns nur drei Themen gibt. Es gibt Corona, Trump und Nazis. Mehr haben wir nicht. Nein, heute, heute wird auch viel über Frauen gelästert. Ey, was mit Julia Reda? Okay, das ist okay. Ja. Ja, ich schneide es nur kurz an. Er hat gesagt, es verläuft alles nach Plan. Während er jahrelang quasi gesagt hat, ey, der Obama, der hat uns nichts hinterlassen für Pandemien, wir waren völlig unvorbereitet. Und jetzt sagt er auch, wir hatten doch einen Plan und es verläuft alles nach Plan. Das heißt, die aktuellen Zahlen von 85 Toten, äh, 85.000 Toten, es läuft alles nach Plan. Und dann ist noch was sehr Witziges passiert, was ultra viral gegangen ist. Er ist nämlich aus einer Pressekonferenz rausgegangen. Ja, das habe ich gesehen. Seitens einer asiatischen Frau zu penetrant oder unangenehm geworden sind. Die Pressekonferenz hatte mehr oder weniger gerade erst angefangen. Von daher ist es lustig, dass er dann sagt, okay, ladies and gentlemen, that's it, so. Ähm, er hat irgendwie eine Frage bekommen, warum das so ein internationales Wetteifern ist. Warum er immer wieder betonen will, dass die Amerikaner das so am besten handeln mit dem Coronavirus und so. Warum das für ihn halt so, ne, so eine Competition ist. Und dann hat er gesagt, das ist eine Frage, die du China stellen solltest. Warum auch immer. Und die Reporterin war halt asiatisch. Und dann hat er die nächste Reporterin drangenommen. Und dann hat sie aber ihre Zeit dieser Asiatin zur Verfügung gegeben. Und die hat dann nochmal gefragt, warum fragen sie ausgerechnet mich. So, und dann hat er gesagt, äh, 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 und dann haben sie dreimal nachgefragt. Und dann so, okay, ladies and gentlemen, und geht. Das war großartig. Das war so ein richtiger Alpha-Move wieder. Mhm. Was denkst du, wie lange diesen Druck noch standhält, ohne zu weinen? Weiß ich nicht. Aber was sehr interessant ist, was heiß diskutiert wurde, ähm, der Biden, der ja eventuell Nachfolger wird, hat jetzt gesagt, er würde ihnen keine, äh, ich vergesse es immer wieder, was das deutsche Pendant ist von Parden, äh, ne, Entlastung. Weißt du wie? Freisprechen. So. Ja, das ist eine Entlastung. Das kenne ich von, von, äh, Partei, ähm, Vorstandswahlen, dass du den, den Vorstand entlasten musst, bevor du einen neuen wählst. Kannst du nochmal ganz kurz sagen, was das zu bedeuten hat? Ich hab's nicht verstanden. Naja, das, er ist, er hat sozusagen so ein bisschen, äh, Immunität, während er Präsident ist und kann für die Verbrechen nicht so ganz verfolgt werden. Jump jetzt. Genau. Wenn er aber raus ist, würde er automatisch für alles irgendwie angeklagt, was so, äh, schwebend ist. Mhm. Aber es wurde heiß diskutiert, ob man dem Präsidenten nicht diese Freisprechung geben soll, weil es sonst das Land zu sehr spalten würde. Und Joe Biden hat jetzt gesagt, er würde eben nicht irgendwie, alle, alle kriminellen Sachen aus der Vergangenheit einfach quasi liquidieren, sondern er würde schon, äh, ihn verurteilen lassen. Das wäre doch ein Pluspunkt für Joe Biden. Da frage ich mich, ob der, ob der Herr Trump die Zeit nach seiner Amtsschaft, äh, überlebt, ne? Wird er, aber ich bin halt sensationsgeil, I'm sorry. Ja. Wenn, wenn es überhaupt so kommt, also, noch ist das ja nicht klar, dass er überhaupt, ich, ich, aktuell glaube ich echt so 50-50. Das wäre jetzt meine Frage, du als, du als USA-Experte, also, ist es wirklich 50-50, dass, dass, äh, der andere Präsident wird? Naja, in den Umfragen liegt er auf jeden Fall ein bisschen weit vorne, aber es sind halt so viele Faktoren. Hillary Clinton war zu dem Zeitpunkt jetzt, äh, ein Stück weiter vorne und hat ja auch mehr Stimmen, aber hat trotzdem verloren. Das ist ja so ein bisschen dieses dämliche System, dass die, dass die, äh, ländlichen Areas quasi mehr Gewichtung haben, weil sie trotzdem einzelne Staaten sind, aber da sind weniger Leute. Das ist alles ein bisschen albern. Es bleibt dann einfach zu hoffen, dass in die Entscheidung mit reinspielt, dass Trump halt in den letzten vier Jahren ziemlich viel Scheiße gebaut hat oder vor vier Jahren noch nicht gemacht hat, zumindest nicht in dem Gebiet. Was halt das, das Gute ist, das hatte Hillary Clinton wohl nicht so, Joe Biden, der holt halt die ganzen sehr alten Leute ab und die haben vorher sehr viel für Trump gewählt und die wählen jetzt eher für ihn. Ja, aber... Haben die Amis denn auch so ein Problem, so ein alten Problem, dass die so viele Alte haben? Ne, nicht zwangsläufig, aber die Jungen wählen halt echt ungerne in Amerika. Ja, deswegen sind die nicht so ausschlaggebend. Das ist dumm. Ja, ist es. Naja, gut, dann noch eine kleine Sache. Er hat gesagt, dass in Kalifornien ja jetzt soll komplett per Post gewählt werden. Da hat er gesagt, diese Wahlzettel dürfen nicht zählen, weil die fake sind. Hat dann einen Tag später damit angegeben, dass irgend so ein Republikaner per Briefwahl sehr viele Stimmen bekommen hat. Alles ein bisschen komisch. Und die letzte Sache, bevor wir da vielleicht weggehen. Es gab ein geleaktes Dokument vom Weißen Haus, das gezeigt hat, dass in so Gebieten, die sehr Trump-positiv sind, die die Covid-19-Zahlen um bis zu 1000% gestiegen sind. Kann man natürlich jetzt sagen, okay, wenn es vorher einer... Es ist trotzdem hart. Wenn es vorher einer war und dann sind es tausend. Ja. Das ist halt... Übrigens, 1000% ist nicht eine Vertausendfachung, aber das ist wahr anzunehmen, weil wir sehen ja, wie sich ein Trump wieder tendenziell verhält. Nicht alle, aber so. Diese Demos und so weiter. Das ist Zufall, glaube ich. Wenn du mich fragst. Du bist gerade bestimmt satirisch und ironisch, oder? Ein bisschen vielleicht. Du Blöder. Ja. Ja gut, aber kommt so. Allerletzte Amerika-News. Bevor wir wirklich alle Frauen anspucken. Das hat nichts mehr mit Trump zu tun, aber das war auf jeden Fall ein großes Ding die Woche. Obwohl viele gesagt haben, so im Internet, oh, das war ja eh klar, aber es gibt auch hier irgendwie... Also, das FBI hat aus Versehen irgendwie den Namen von einem offiziellen aus Saudi-Arabien veröffentlicht, der wohl an 9-11 beteiligt war. Das heißt, den Verdacht gab es halt schon länger, dass die Saudi-Regierung da irgendwie mit die Finger im Spiel hatte. Ach doch, nicht Bin Laden. Haben wir eben... Ja. Haben wir eben... Oh Gott, nein. Ja, es ist halt alles so ein bisschen... Und das ist halt irgendwie auszusehen veröffentlicht worden. Ich habe mich nicht weiter damit beschäftigt, aber auch ein großes Ding. Cool. Also, ich habe es hier ganz unten... Ihr habt mit Trump angefangen. Ich habe es da ganz unten als Fußnote, ja. Können wir jetzt Frauen beleidigen? Nee, ich will einfach wissen, wie sowas auch vonstatten geht. Hat er sich gemeldet, hat gesagt, hier, 9-11, habe ich... War ich... War ich im Projekt mit drin? Oder wir haben sowas ans Licht? Die haben ja so... Die haben ja da... Hab ich dran mitentwickelt. Das wird wahrscheinlich was sein, was auch schon jahrelang bei denen... Beim geheimen Dienst quasi... War. Das ist ja nicht so, dass der jetzt irgendwie 20 Jahre später sagt, ey, hier, gucke mal. Ich hier. Ich will auch meine Lorbeeren. Wenn man ganz nah ran zoomsucht in den Flugzeug, da sitze ich. Ja. Ja, keine Ahnung. Ich kann es mir doch mal durchlesen, wie das jetzt genau passiert ist, aber... Der wird halt wirklich... Einfach irgendwas vorgelesen haben, irgendein FBI-Typ und... Also Hausaufgabe für nächste... Es ist nur Spekulation. Hausaufgabe für nächste Woche. Ähm, der Robin, der guckt mal nach, was passiert ist und klärt noch mal... Klärt uns noch mal auf. Diesbezüglich. Und der ist jetzt geleakt und da bestellen jetzt alle Pizza hin. Genau. Um den zu trollen. Der wird geswattet. Nee, ich weiß es nicht, ey. Vielleicht ist der auch längst nicht mehr... Wie gesagt, das ist nur eine Fußnote, die ich da noch hatte, falls wir keine News mehr haben. Obwohl es natürlich trotzdem ein großes Ding irgendwie ist. Also 9-11 wird endlich aufgeklärt. Ich sag's war Bill Gates. Ja. Ja, wer sonst? Mit Covid-1 damals. Nee, Covid-95. Das war die Zeit. Ah, okay. Mist. Ja, also, Tino, was ist denn eigentlich mit Frauen? Was erzähle ich denn die ganze Zeit von Frauen? Erklär mal kurz, während ich mein Fenster zumache. Ach, ihr wieder. Okay, ich erzähle kurz, was der dieswöchige, ich will nicht sagen, viraler Hitler ist, aber er ging ähnlich viral wie ein viraler Hitler. Es geht um einen TV-Beitrag von Palina Ruzinski und anderen prominenten Influencerinnen, die 15 Minuten lang bei ProSieben aufklären durften und aufzeigen durften, inwiefern weibliche Influencerinnen sexuell belästigt werden. Tagtäglich bekommen sie Dickpics auf Instagram. Kann man sagen, das war so, das, kann man sagen, das war so, das, die Crème de la Crème der Fernsehschlampen, oder? Das lasse ich jetzt mal so stehen. Arme Robin ist der Einzige, der lacht. Das hat's für mich noch lustiger gemacht, weil ich ja weiß, dass Tino da ein bisschen eine andere meint, beziehungsweise nein. Erklär erst mal fertig, aber... Ja, also... Ich glaub, der Robin würde mal lieber seine Crème de la Crème in die Fernsehschlampen reinmachen. Es tut mir leid. Ich provoziere ja gerne mal. Aber vorher musst du bei denen den de la den machen. So, jetzt bin ich fertig. Das hab ich nicht verstanden. Naja, wenn du mit der fertig bist, kannst du den reinlegen. Ist das dumm, Alter. Jedenfalls heißt dieser Beitrag Männerwelten und es hat eine Anspielung auf die Körperwelten, wo diese ekligen Leichen ausgestellt werden und die haben halt darauf angespielt, dass auch diese sexuellen Belästigungen, die es da gibt, von Dickpics bis zu krassen Beleidigungen über Instagram, aber auch richtig tätlichen Angriffen, dass das halt ähnlich eklig ist und dass man darauf aufmerksam machen muss, weil das vor der Öffentlichkeit wenig diskutiert wird. Und jetzt scheiden sich die Geister. Was sagt denn dein Geist, Tino oder Robin? Ja, ich will nur vorneweg stellen, für mich scheidet sich der Geist nicht so sehr. Ich find das ja... Ach, du hast einfach recht. Ja, ich hab einfach recht. Nein, ich find das ja an sich gut. Ich find das ja gut, ja, das möchte ich vorneweg stellen. Aber, also ich weiß nicht, es, ja, nee, pass auf, es gibt doch wirklich nicht jemanden, der sagt, das ist jetzt ein Scheiß-Beitrag, oder? Das sagt doch keiner. Ja, doch, gibt's schon. Gibt's bestimmt. Ja, aber wenn man viel dran geht, ist er nicht per se scheiße, kann ich mal sagen. Der ist nicht per se scheiße, das möchte ich sagen, ich find's gut, dass er drauf aufmerksam gemacht wird und so weiter. Aber, da handhabe ich's genau, wie wir's vor zwei, drei Wochen mit der Luna und mit dem Dings hatten, dieses Positiv, euer Geil, das hört man ja eh mehr oder weniger die ganze Zeit, weil alle es teilen und hier, guckt mal, guckt mal. Ich wollt einfach nur so eins, zwei Fußnoten dazugeben, was ich vielleicht nicht ganz so gut finde. Ja? So, Tino. Nicht, dass du jetzt denkst, dass ich hier reingehe und sage, nö, du kannst auch erst mal sagen, wie geil das ist. Das hab ich noch nicht gehört. Nun ja, es ist ja so, dass der Beitrag natürlich nicht lupenrein ist, ja? Also auch ich sehe so ein paar Punkte, wo ich mir nicht so ganz sicher war, wie ernst man das nehmen kann, aber prinzipiell gebe ich den Beitrag auf jeden Fall zu 98 Prozent schon recht und ich kann mich halt als weißer Cis-Mann oder auch wir als drei weiße Männer können uns ja so ein bisschen... Das ist halt, ich bin Gerücht. Ja, du bist Ausländer wahrscheinlich, aber... Das ist halt auch wieder so ein, das ist das nächste Feindbild. Warum ist dieses Feindbild okay? Nur weil es die Mehrheit ist. Ja, aber wenn er hier so ein weißes Cis-Mann Dinge in den Raum wirft... Das ist kein Vorwurf an uns, es ist nur ein, ich will damit sagen, dass wir uns da nicht reinfühlen können als privilegierte Männer, was Frauen tatsächlich erdulden müssen und ich hab's ja auch schon in der Nosterrafo-Telegram-Gruppe, in die man sich reinkaufen kann, geschrieben, dass ich halt auch Influencerinnen kenne in meinem Freundeskreis und ich halt ihre Postfächer auch kenne zum Teil, weil sie mir gezeigt haben, was aber auch nicht neu ist, das Phänomen, das hab ich schon vor zwei Jahren mitbekommen, dass halt, sie wollen in ihr Postfach gucken, freuen sich über Fanpost und freuen sich über Feedback, über irgendwelche Bilder und Aktionen, die sie gemacht haben, aber irgendwie ist gefühlt jede zweite Nachricht halt ein Dickpick und da kann ich mir schon vorstellen, dass das irgendwann anfängt zu nerven und dass man sich belästigt fühlt. Keine Frage. Und ich glaub, das ist auch bei von Frau zu Frau unterschiedlich, ob sie jetzt das sehr schlimm findet oder ob sie das halt wegsteckt. Ich find halt die Debatte Öl-Männer gegen Frauen dumm, sondern eher sollte es so sein, im Internet wird einfach teilweise nicht geil miteinander umgegangen und wenn sich eine Frau mit einem Schwanzbild unwohl fühlt oder sich drüber lustig machen kann, ist ja das gleiche, wie wenn ich mich über einen Hasskommentar unwohl fühlen kann oder mich drüber lustig machen kann. Das ist nicht, ich find, das ist nicht diese Mann-Frau-Sache, sondern sollte allgemein die Frage des Umgangs miteinander sein. So und wenn halt ein Dickpick dafür sorgt, dass sich jemand unwohl fühlt, dann sollte es nicht darum gehen, dass Männer die Bösen immer Dickpick senden, sondern dass es Menschen gibt, die dafür sorgen, dass es anderen nicht gut geht und dass sie sich unwohl fühlen und dass das unterbunden werden sollte im Allgemeinen. Und dieses Mann gegen Frau, was zur Zeit halt oft und gerne geführt wird, das sorgt eher dafür, dass mehr Unwohlsein reinkommt, als dass irgendwie was besser wird. Zumindest teilweise. Wenn wir beim Dickpick gerade sind, also ich bin mir ziemlich sicher, dass gerade die Leute, die in dem Video jetzt zu sehen sind, dass die aus Trollgründen jetzt erst recht sehr viele Dickpicks bekommen werden. Von daher finde ich das auch ein bisschen... Naja, aber das ist ja jetzt kein Freischein, für die Leute jetzt erst recht Dickpicks zu verschicken. Nee, das habe ich doch gar nicht gesagt. Ich sage nur, was die Fakten sind, Tino. Ich habe nicht gesagt, dass das jetzt irgendwie ein Freischein ist, sondern dass ich weiß, dass Drolle existieren und dass man die nicht irgendwie dazu bringt, es weniger zu machen, wenn man sagt, das ist das Schlimmste, was mir jeden Tag passiert. Und das finde ich halt von daher schon nicht ganz so clever den Umgang damit. Aber da unterscheiden sich unsere beiden Geister. Ich fand auch den Einstieg sehr unelegant, weil sie meiner Meinung nach ist ironisch, wie geht es am Anfang von wegen, oh, was ist das für ein schreckliches Bild oder so? Ja, sehr verstörende Szenen, schicken sie ihre Kinder... Sehr verstörende Szenen, genau. Und dann kommt aber, ich sage mal, nur halt ein Dickpick so, was das irgendwie so ein bisschen lächerlich macht. Und ich fände es besser, hätten sie am Anfang gesagt, guck mal, was wir jetzt hier für ein schönes Kunstwerk haben. Und dann kommt halt ein Schwanzbild, was natürlich kein schönes Kunstwerk ist. Hätte ich eleganter gefunden, aber von mir aus. Und was ich auf jeden Fall herausstellen will, ist die beschissene Zensur, die wir direkt bei einem Twitch-Raid ausgenutzt haben. Wir haben nämlich einen Autisten. Wir haben heute hier wirklich so einen Rundumschlag. Diese Zensur, das ist dein persönlicher Armin Laschet, ne? Ja, auf jeden Fall. Diese Zensur in dem Video ist super geil. Die haben teilweise über die Schwänze nur so einen kleinen schwarzen Balken, nur über die Hälfte der Eichel so drüber gemacht. Und das ist hochgradig nicht Twitch-konform. Und jemand hat sich das auf Twitch angeschaut, hinterher hat sich rausgestellt, der ist Autist. Da war das Drama groß. Aber wir wussten es vorher nicht und es gab auch keine Anzeichen dafür. Also ist okay. Aber sind wir schon dafür? Nee, ach, das hat ja auch keiner gemeldet oder so. Wir sind doch cool. Wir sind einfach nur rein, weil wir gehört haben, ey, yo, ich gucke mir jetzt das Video hier an. Und ich wusste halt, dass das auf YouTube so beschissen zensiert ist. Und das war sehr witzig. Trotzdem. Ich glaube auch, dass die Zensur zum Teil absichtlich so schlecht war. Ich meine, man kennt das ja auch von nackten Frauen, dass dann nur die Nippel zensiert werden und der Rest der Brust ist halt zu sehen. Das ist halt voll lächerlich. Diese Zensurkultur. Ich finde das nicht lächerlich. Ich finde das schön. So. Weißt du, was ich so ein bisschen glaube? Wenn eine Frau einen Dickpick bekommt, ist es eher so, oh wie grausam, so in der gesellschaftlichen Betrachtungsweise, wie es zurzeit ist, zumindest mehrheitlich. Ja. Würde jetzt ein Kerl aber ein Pussyfoto bekommen, wäre es sicherlich eher so, dass die Allgemeinheit sagen würde, ey, sei doch froh. Ja, nein. Ja, auf jeden Fall. Es ist halt dumm so. Die Kerle würden die sammeln. Also, vielleicht das, aber ich glaube, selbst wenn es, wenn die Welt verdreht wäre und auf einmal alle Frauen oder viele Frauen ständig ihre Pussys schicken würden, dann würde man sich auch als Mann belästigt fühlen, kann ich mir vorstellen. Also, ich will nicht Pussybilder sehen. Also, ich möchte nicht für alle sprechen, in dem Fall. Ich spreche jetzt nur für mich, aber Tino, das ist Schwachsinn. Das ist doch Schwachsinn. Ich sehe es einfach nicht. Ich sehe es nicht. Versetz dich da mal rein. Ja, das tue ich. Also, ich will mein Postfach keine Gesetzeile sehen. Es gibt doch Schlimmeres zu sehen als eine Vagina. Ja, auch als ein Penis. Keine Frage. Es ist halt... Naja, so. Es ist halt... Es geht ja nicht nur um das Bild an sich. Es geht ja auch darum, was dieses Bild aussagen soll. Und das ist einfach... Was sollt man das aussagen? Ich versuche dich gerade rumzukriegen. Oh, das ist aber schlimm. Auch eine Frau, die versucht mich rumzukriegen. Das ist aber unangenehm. Nee, es sind halt plumpe Anmachen. Und wenn du halt... Ich spreche, wie gesagt, bevor hier der Skandal groß ist. Ich spreche jetzt gerade von mir. Es geht halt darum, dass diese Plumpen anmachen ständig passieren. Und dass du jedes Mal so als Sexobjekt... Also es geht ja nur um diese Quantität. Ja, wenn es mal passiert, da kann man darüber lachen und man kann sich über den lustig machen. Aber es geht ja darum, auch was der Beitrag erzählt, dass es diesen Frauen ständig so geht. Jeden Tag bekommen sie nach... Wenn sie Bikini-Fotos posten... Alter, Tino. Tino, seit Jahrzehnten gibt es Rapmusik, wo alle und auch alle Hörer das abfeiern, wenn die Leute sagen, oh ja, alle Schlampen stehen auf mich, die wollen mich und so. Ich kann mich gar nicht retten. Ich kann in keine Richtung springen, wo nicht eine Fotze hergeflogen kommt und so. Nein. Einfach. Also klar, das kann natürlich nicht für alle sein, aber ich bin mir sicher, dass viele sich nicht beschweren würden. Ich verstehe. Was jetzt zum Beispiel eine Palina Roszynski hat, ist, dass sie mit... Dass sie gemocht oder dass sie halt in Assoziation mit Content gebracht wird, den sie halt macht, der halt andere Sachen zeigt als ihre... ihr Erscheinungsbild rein von sexueller Hinsicht her oder wie auch immer das ich jetzt richtig formuliert hätte können. So, die macht halt Sachen, die sie gut findet und wo sie sich sicherlich auch wünscht, dass es andere gut finden und wird halt dann auch tendenziell relativ oft auf ihr Äußeres reduziert. Ich glaube, das ist das, was sie stört. Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Glaube aber auch, dass das trotzdem, auch wenn es... Es sticht ja raus. Es ist ja... Für sie ist das ein hartes Ding und das verstehe ich auch und das ist völlig okay. Das darf sie gerne unangenehm finden und das ist auch unangenehm so, okay? Es ist mal akzeptiert. Ich als Mann gestehe das Recht zu, das unangenehm zu finden. Nein. Ja, mache ich. Nein, aber der Punkt ist, dass es trotzdem wahrscheinlich zehn, hundertmal so viele Kommentare gibt, die sagen, oh, das hat sie gut gemacht oder sonst was. Weißt du, was ich meine? Das ist ja nicht so, dass der einzige Kommentar, der jedes Mal unter einem Video von Palina Roszynski ist, zeig Schwanz, du Fotze. Das ist so. Wärbar kreativ. Wäre sehr kreativ, ja. Ich habe auch überlegt, stell dir mal vor, die Influencerinnen, wenn sie Schwanzbilder kriegen, schicken einfach Schwanzbilder zurück. Ja. Das meine ich halt auch. Es gibt so viele tausend Möglichkeiten, damit kreativer und eleganter umzugehen, was dafür sorgt, dass, also alleine die irgendwie, dann stellt sie halt bloß, postet sie öffentlich oder was weiß ich. Aber es gibt so viele andere. Ja, aber du hast ja auch bessere Fertune, als jeden Dickpic irgendwie kreativ zu antworten. Ja, aber mach das doch, mach, nee, nicht jedem Dickpic. Sammel halt zehn oder so, dann veröffentliche die und mach das Gesicht dazu oder sowas. Ich weiß es nicht. Es gibt tausend verschiedene Arten, die für mich eleganter sind. Wie gesagt, ich habe vorweggestellt, ich finde das Video nicht einfach nur scheiße oder so. Ich finde es gut, dass auch darauf aufmerksam gemacht wurde. Ich möchte einfach nur auch hier und da mal vielleicht ein bisschen der Vorteil, der Vorteil daraus, dass das jetzt viele sehen, ist natürlich, dass sich Frauen, die sowas kriegen, halt nicht allein fühlen. Nicht denken, hä, warum passiert mir das? Dann wissen sie einfach, das passiert jedem. Und sie haben ja hervorgehoben, dass es strafrechtlich relevant ist, sowas. Ich denke, das dürfte für einige ZuschauerInnen auch interessant sein. Wie rede ich eigentlich gerade? Ich finde, du hast mich angestellt. Was mich aber an dem Beitrag wirklich, wirklich stört, ist einfach eine Falschaussage. Die habe ich ja auch schon hervorgehoben in der Nostra-Wohlfühlo-Oase. Dass sie sagt, wie viel Prozent unter InfluencerInnen Videos oder so, Kommentare sind sexistisch. 16 von 100. 16 von 100 oder so? Ja. Und dann sagt sie, bei Kerlen ist es 0%. Ja. Und das stimmt einfach nicht so. Also, jeder, der in der Öffentlichkeit steht, wird auch sexualisiert und sexuell angegangen. Gar keine, gar keine Frage. Und ich finde, jetzt zu sagen, öh, das machen nur die bösen Männer. Ich kann an der Stelle mal mehr Zwietracht, als es irgendwie Versöhnung schaffen könnte. Ich kann an der Stelle mal Interviews von Jeff Goldblum empfehlen, der zum Beispiel bei Conan, also, kennt ihr, oder? Conan ist so ein, ist auch so eine Late-Night-Show. Ja, klar. Ist egal, kann ich mal empfehlen. Und der wird selbst von Männern durchgehend, weil der halt einfach von der Art so ein bisschen, der ist halt so ein bisschen, so ein bisschen, eigenartig, sag ich mal, aber halt so auf eine, auf eine charismatische Art und alle, also wirklich, jeder fucking Kommentar darunter ist so, oh, Alter, Jeff, Alter, ich bin, ich bin völlig straight, aber Alter, du kannst bitte in mich eindringen und so, also, es ist alles voll davon. Und, und der ist halt nicht mal irgendwie, das ja, wer verschickt die Kommentare, wer verschickt die Kommentare? Männer. Es gibt genauso gut Frauen, es gibt genauso gut Frauen, die das schreiben, Tino, hör auf damit, das ist Bullshit. Es kann schon gut sein, dass das im Schnitt mehr Männer sind, aber es ist Bullshit zu sagen, dass Frauen das nicht machen. Nö, es machen sie nicht nicht. Alleine das Phänomen Boygroups, Alter, wie die ganzen Leute über Justin Timberlake und, und über Robbie Williams drüber drohlen, Alter, das kannst du mir nicht erzählen, dass das nur Männer machen. Nö, natürlich nicht nur, es geht ja um die, also um die, um die, den Schnitt, wie du gerade gesagt hast. Was, worauf ich hinaus wollte ist, worauf ich hinaus wollte ist, dass ein Jeff Goldblum alles andere als irgendwie knapp bekleidet ist oder so. Es geht einfach nur um seine Art und es gibt bestimmt tausend andere Beispiele, das ist nur das, was mir sehr, sehr markant im Hinterkopf ist, weil ich den Typen halt auch selber cool finde, aber, keine Ahnung, ey, nimm irgendeinen Typen, der, der Oberkörper-Freibilder auf, auf Instagram postet, irgendwelche Bodybuilder oder so, da gibt es garantiert auch solche Kommentare. Ich wollte einfach nur Herodes unterstützen mit der Aussage, dass, das ist halt einfach faktisch falsch, das ist wirklich Bullshit, das ist mir auch sauer aufgestoßen so, dass es bei Männern halt gar nicht ist, das ist Bullshit. Alleine, alleine zu sagen, oh, irgendwie, oder Vorurteile zu haben, dass ein Mann, äh, nicht, nicht so gut mit Kindern kann oder, oh, ein männlicher, männlicher Kindergärtner, uiuiui, ob das gut geht, das ist auch alles Sexismus. Ja, das kenne ich auch. So, aber ich will jetzt halt nicht, ich will nicht, dass daraus jetzt resultiert, dass jetzt, wir sagen, öh, wir Männer, wir sind auch in irgendeiner Opferrolle, ich will einfach nur klarstellen, dass dieses Mann gegen Frau nicht annähernd so viel hilft, wie, lass uns mal alle weniger Arschlöcher sein. Ja. Unabhängig von Mann und Frau. Ja, und ich kenne sie auch. Was könnte der andere fühlen, wenn ich eine Aktion bringe? Ich wollte ja auch damals nach meinem Abitur Au-pair machen in den USA und, ähm, da bin ich, weil ich Mann bin, nicht genommen worden. Das gibt es eben auch, keine Frage, das will ich gar nicht runterspielen, dass es auch Diskriminierung gegen Männer gibt, das habe ich ja auch erlebt und ich bekomme ja auch Dickpics zugeschickt von fremden Leuten, was mich halt auch nervt, also, es ist nicht in der Masse, dass ich jetzt mich belästigt fühle, aber es nervt maximal so. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass dieser Beitrag Männerwelten insgesamt wichtig und richtig war und eigentlich auch nicht mehr tun sollte, als zu sensibilisieren und eine Debatte anzustoßen. Und auch wenn nicht alles vielleicht darin so richtig stimmt, so zahlenmäßig, da gehe ich völlig mit, ich weiß nicht, wo sie diese 0% her haben, aber ich glaube, dass es trotzdem verdeutlicht und auch zu Recht, dass, ähm, es doch ein wesentliches, ähm, einen wesentlichen Unterschied gibt zwischen Männern und Frauen, wie sie behandelt werden in sozialen Netzwerken. Die gibt es auf jeden Fall. Oh, Tino, du hast gerade gesagt, dass es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen gibt. Höh. Ja, keine Frage. Ja, 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 ja. Also, haben wir auch schon in der Telegram-Gruppe beschrieben. Es gibt auf jeden Fall biologische Unterschiede, ja, und also, wie Mann und Frau gebaut sind und auch, wie ihre gesellschaftliche Stellung ist. Man darf eben sich nicht davon leiten lassen und, ähm, jemanden aufgrund des Geschlechts diskriminieren. Also, es geht ja nicht darum, dass nicht alle gleich sind, sondern die Rechte sind gleich. Darum geht's ja. Also, meinst du nicht, dass es vielleicht etwas, also, ich muss das immer wieder betonen und wiederholen, das Video ist gut und auch alleine, dass wir jetzt hier darüber reden, hat es ja angestoßen, also hat es ja sein Ziel erfüllt und so weiter und so fort. Ähm, ähm, aber, nein, ähm, meinst du nicht, dass es, jetzt hab ich vergessen, worauf ich hinaus wollte, verdammte Scheiße, ich diese Scheiße nochmal zwischenschieben muss. Toller Podcast, sehr, sehr toll, gut vorbereitet, ganz toller Podcast, supi tolli. Äh, Tino, was hast du zuletzt gesagt? Ja, vieles. Irgendwas, worüber du dich tierisch aufgeregt hast. Nein, die Unterschiede von Mann und Frau, dass es die ergibt, es geht ja nur darum, äh, dass die Rechte gleich sein sollten von Mann und Frau. Ach so, ich meinte genau, dass, ähm, dass Leute, also jetzt mal abgesehen von Leuten, die irgendwie sich wirklich davon was erhoffen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das so viele sind, dass da Leute denken, ich schick da jetzt einen Schwanz hin und krieg morgen ein Date mit der. Ich weiß nicht, also, wenn man so tickt, dann ist man halt einfach nicht so clever oder vielleicht auch behindert. Das frag ich mich eben auch, was erwartest du denn, wenn du Palina Ruzinski deinen Pimmel schickst, erwarten die echt, dass das dann so eine Antwort kommt, und, oh, der ist aber schön und groß. Das glaube ich halt nicht, das glaube ich halt nicht, aber jetzt pass auf, worauf ich hinaus wollte und was ich eben vergessen hatte, dass es, äh, wahrscheinlich eher darum geht, halt die Person zu trollen oder irgendwie zu beleidigen und dann nimmt man halt einfach das, was die offensichtlichste Angriffsfläche ist. Und alleine durch dieses Video wird die jetzt nochmal deutlicher, dass das die Angriffsfläche ist, so. Wie wenn ich Dion ärgern will und sehe, okay, der spielt gerade League of Legends und ich weiß, das Spiel macht ihn aggressiv, dann gehe ich ja genau da rauf und sage, ah, verlierst du gerade wieder und so, weil ich einfach den, den, den Schwachpunkt sozusagen nehme. Und wenn man immer wieder betont, wie schlimm das ist, Frauen Dickpics zu schicken, dann wird es immer wieder Trolle geben, die ganz viele Dickpics an Frauen schicken. Der Drachenlord-Effekt. Ja. Ja, aber ich glaube, dass Trollen nicht der richtige Begriff dafür ist, weil Trollen ja... Das frage ich mich halt, ne? Ja, also ich weiß es natürlich auch nicht, ich kenne auch keine Studien, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt die Männer da irgendwie sitzen mit Rotwein in der Hand und eine Fliege tragen und sagen, ach Gott, jetzt trolle ich mal die Palina Ruzinski und schicke mit einem Zwinker-Smiley meinen Penis. Ich glaube, da steckt ein bisschen was anderes dahinter und egal, was für eine Motivation dahintersteht, das ist einfach, einfach eine Belästigung letztendlich. Es ist ja egal, warum du das musst. Das will ich auch nochmal festhalten, dass ich es ja per se nicht gut finde, dass Leute das machen. So. Ich sage nur, dass immer von mir ausgehend, ja, ich möchte nicht für die Allgemeinheit sprechen, dass ich das nicht so schlimm fände, selbst wenn es Schwänze werden, statt Vaginen, die ich eher bevorzugen würde, aber dass es vielleicht auch einfach allgemein einen eleganteren Umgang damit geben könnte. Ja, aber die Menschen sind halt unterschiedlich und manche sind dadurch halt mega, fühlen sich dadurch halt mega schlecht, wenn sie sowas kriegen und das ist von, muss man von Mensch zu Mensch halt gucken. Du würdest es witzig finden, vielleicht findet sie es so schlimm, dass es sie halt stundenlang begleitet, wenn sie sowas kriegt und da geht es ja wieder los mit Nicht-Mann-und-Frau ist das, wovor man unterscheiden kann, sondern wer findet was nicht gut und sollte man solchen Leuten was schicken, was sie nicht gut finden oder sollte man sich da vielleicht rantasten, weil es gibt ja auch Frauen, die Schwanzbilder mögen, aber da muss man sich halt irgendwie rantasten. Kennt ihr Celebrities Read Mean Tweets? Ja klar. Das gibt es ja auch auf Deutsch. Findest du nicht, dass das ein hundertprozentig besserer Umgang mit dem ganzen Thema ist, weil es die Leute, die das schreiben, übelst ins Lächerliche zieht und die Celebrities nicht als schwach dastehen, wenn sie das vorlesen, sondern sich drüber lustig machen. Es ist ein viel eleganterer Ansatz, finde ich. Aber dann kannst du ja auch damit argumentieren, dass dann die Typen erst recht ihre Dickpics schicken, weil sie eben auch in so einer Sendung erwähnt werden wollen, weißt du? Dass sie ihren Penis da sehen wollen. Die Wahrscheinlichkeit ist so gering, so selten wie das passiert, aber klar ist es dann auch so ein Ding, aber weißt du nicht, was ich meine? Die Leute, die das dann vorlesen, fühlen, also für mich als Außenperspektive stehen die viel stärker da als so eine Janine Michaelsen, die dann diese Sachen vorliest und dabei traurig in die Kamera guckt. Weißt du, was ich meine? Ja, es war eben ein... Aber vielleicht kann auch sein, dass ich zu sehr von Getrolle ausgehe, weil das eher meins ist und die Leute, also keine Ahnung. Ich gerade die Stelle mit der Janine, muss ich ganz ehrlich sagen, das sind Hater-Kommentare, die kriegt jeder in irgendeiner Form ab. Das hat überhaupt nichts mit Mannfrau, Sexismus und so weiter. zu tun. Das sind einfach fiese Leute, die Kommentare schreiben und das ist ein völlig anderes Problem. Kein Problem, je nachdem, wie man mit ihm umgeht. Vor allem fand ich da echt ein bisschen dumm, dass da vorher so betont wurde, dass sie doch mehrfache Preisträgerin ist und so. Also das ist völlig irrelevant. Das ist absolut irrelevant. Ändert in meinen Augen nichts daran, dass ich ihre Hosen häufig hässlich finde. Ja. Ja doch, diese Ansage mit den Grimmepreisen, solche Geschichten, das soll ja nur aufzeigen, dass es unterschiedliche Frauen trifft. Nicht nur die in Anführungsstrichen dummen Nackedei-Weiber auf Instagram, sondern eben auch Moderatorinnen und Autorinnen, die was im Kopf haben. Das ist halt beide betreffen kann. Und dass man eben nicht argumentieren kann, das kriegen nur Frauen, die sich sexualisieren. Sondern es bekommen eben auch Frauen, die einfach nur im Fernsehen stehen. Ja, dann kam das für mich vielleicht nicht so rüber. Aber für mich war so das Gefühl, okay, nur weil die jetzt einen Preis trägt, darf ich die nicht irgendwie kritisieren. Also das hat da schon so ein bisschen mitgeschwungen. Und der Punkt ist, ich hatte die ja als Moderatorin in der Millionärswahl und die ist halt einfach nicht gut. Also zumindest war sie da nicht gut. Ich weiß nicht, was sie sonst nicht macht. Nö, ich kenne die persönlich. Naja, ich meine nur so. Dann ist das doch mein Recht. Oh gut, der hat Preise oder so. Kann ich doch trotzdem sagen, dass das jetzt irgendwie nicht gut war, oder? Das war nicht der Standpunkt der Aussage. Das kann man missverstehen. Es gibt ja einen Unterschied zwischen einer Meinungsäußerung, einer konstruktiven Kritik und einem Haterkommentar. Ja, na klar. Das wollte ich jetzt auch nicht so darstellen, als wären diese Haterkommentare jetzt irgendwie fundierte Kritik oder so. Aber es hat einfach nur so dieses Geschmäckle für mich gehabt. Wenn ich das so falsch aufgefasst habe, weil ich eine Anti-Haltung hatte von mir aus. Eine andere kleine Sache, die ich zumindest noch anmerken wollte. Danach kommt noch so ein Model, keine Ahnung, irgendwas Giesinger oder so. Wahrscheinlich die Schwester vom guten Max. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich. Das ist halt für mich auch so ein Ding. Nochmal vorweggestellt. Ich finde das Video gut. Ich finde es auch gut, dass du es eine Bühne kriegst. Ja, wenn es gehört. Ja. Für mich ist das halt so ein bisschen, oh, ich habe das absolute Privileg, einfach nur mit meinem Körper Geld zu verdienen. Und ich sage das so positiv, wie man das formulieren kann. Sie ist gesegnet mit einem Körper, der ihr Geld einbringt, ja. Und das macht sie freiwillig und alles ist schön. Und dann regt sie sich auf über irgendeinen kleinen Scheißwanz, der mit zwölf am Smartphone sitzt und sagt, oh, das ist aber voll das Klappergestell. Das ist für mich auch so ein bisschen dumm. Sorry. Auch hier geht es wieder um die Quantität. Und du weißt ja auch nicht, ob das tatsächlich irgendwelche zwölfjährigen Kinder sind. Jetzt gucke ich es an. Jetzt gucke ich nach der. Wenn du Quantität sagst und das sind aber dann doch nur jeder, keine Ahnung, 50. Kommentar oder so, dann, weißt du, da sind halt so viele andere Kommentare, die sagen, oh, du bist so wunderschön und so. Ich sehe es doch immer wieder. Ich troll doch jetzt seit neuestem diese Instagram-Leute. Ich habe mir doch schon ein paar Bilder rausgesucht. Die kriegen doch immer so, oh, du bist so schön. Ja, aber du machst das ja auch auf ne, also ohne zu schleimen, aber du machst das ja auf ne relativ hochwertige Weise, ja, auf ne geistreiche Weise. Nein, ich meine jetzt nicht meinen Trollen. Ich meine, dass ich dadurch die Kommentare lese unter solchen Posts. Dadurch, dass ich mir solche Bilder raussuche. Ach so, okay. Und es ist halt einfach, ich bin jetzt auf ihrem Profil und ich scrolle die Bilder durch und love it, sehr schön, Feuer, Feuer, ja. Feuer, Feuer. Also das Feuer-Emote. Sky looks incredible. Oi, oi, oi. Also natürlich kriegt die sowas und das ist nicht geil. Ich sage nur, meine Fresse, wenn ich mit meinem Körper Geld verdiene, ich gehe irgendwo hin, lasse mich fotografieren, kriege dafür Geld und gehe wieder, dann ist mir doch scheißegal, wenn jemand sagt, oh, du bist aber ein Klappergestell. Dann sage ich, fick dich, ich verdiene Geld mit meinem Körper. Geh heim, Junge. Verstehst du nicht, was ich meine? Wir sollten uns einfach seit 2000 oder 2005 daran gewöhnt haben, dass sobald man im Internet präsent ist, einen irgendwelche Arschlöcher Scheiße schreiben und ja, sollen wir das Problem beheben? Geht glaube ich nicht. Hilft nur akzeptieren und meine Fresse. Man hat sich doch echt dran gewöhnt. Ich fand Hater-Kommentare noch nie schlimm. Wenn man davon von sich selbst ausgeht. Aber ich finde es natürlich auch wichtig zu sagen, ich finde es wichtig zu sagen, Hater-Kommentare mit Sexismus will ich jetzt auch nicht gleichsetzen. Aber ich glaube, dass das ein Teil von Hater-Kommentaren einfach ist. Aber ich finde es jetzt nicht eins weniger oder mehr schlimm, von wegen, ey, ich will XY mit deinen Titten anstellen oder bring dich um. Aber du bist ja so ein Heter-O-Zis-Mann, weißt du, so ein Weißer. Ach, so ein Quatsch. Aber es ist und bleibt doch einfach nur ein derber Kommentar, wenn jemand sagt, ey, ich will auf deine Titten spritzen, dann ist das irgendwie für mich genauso derb und genauso aggressiv und genauso fies gemeint, wie ey, geh dich umbringen. Und das ist dann, meine Meinung nach ist es auf dem selben Level. Es soll das Gleiche meinen, auch wenn das eine ist sexistisch oder das andere nicht. Es bleibt eben respektlos und es bleibt eben auch unangebracht, solche Kommentare. Also egal, wie wir drei mit solchen Kommentaren umgehen, wenn wir die selber bekommen und wir drei kriegen ja auch Kommentare, die nicht immer nur cool sind, aber es geht ja nicht allen so. Also andere bekommen die in einer viel höheren Quantität und auch Qualität, als wir die bekommen. Also ich möchte, dass bei der nächsten, dass bei der nächsten ProSieben 15 Minuten Schau Drachenlord vorne steht und seine Hater-Kommentare vorliest. Das gibt es hier auch auf, ich habe so ein paar Dokus gesehen oder Reportagen auf YouTube gesehen, wo sie sich um den Drachenlord kümmern und da auch so Hasskommentare und so vorlesen und vortragen. Also es ging nicht von ihm aus, also ich glaube Drachenlord, der hält sich da eher so zurück, aber es gibt schon auch eine Öffentlichkeit, die auch auf den Drachenlord schaut und das auch Mobbing allgemein nicht in Ordnung ist. Also es gibt für alle eine Doppelung. Ist es diese Reportage, die schön sein Haus zeigt, ja? Ja, ich glaube. Wahrscheinlich, kann sein, ja. Grauenhaftes Teil. Aber sie erwähnen die Adresse nicht. Mhm. Wir haben jetzt echt... Wir sind hier gerade bei irgendwo in Emskirchen, hier dieses Haus, guckt es euch an. Emskirchen hat das schon mal irgendwo geliebt. Dieses Fünf-Einwohner-Nest. Man muss einfach nur Drachenlord-Adresse googeln. Das würde man, glaube ich, tendenziell nicht machen. Hätten die nicht gesagt, oh, der hat das irgendwann mal gelegt und die sieht ja sein Haus. Aber gut, anderes Thema. Wir haben jetzt echt lange darüber geredet. Ich würde noch eine kleine Fußnote, der Vergewaltigungspart ganz am Ende, finde ich auch gut, dass man darauf aufmerksam macht. Ist auf jeden Fall nicht gut. Sollte nicht passieren. Aber auch da, also es wirkte so ein bisschen, keiner, der vernünftig ist, keiner, der halbwegs normal im Kopf tickt, sagt, dass Vergewaltigung gut ist. Und da wird es für mich so ein bisschen dargestellt, als wäre es so, als würden wir Vergewaltigung halt dulden. Was halt absolut nicht stimmt. Nein, das ist auch nicht die Aussage. Die Aussage ist, also in dem letzten Teil, wie ich es verstanden habe, dass man eben darauf aufmerksam macht, dass es eben nicht nur, dass nicht nur Frauen vergewaltigt werden in knappen Höschen, sondern dass man eben auch mit Pyjama vergewaltigt werden kann und dass es keine Rolle spielt. Da habe ich angebracht, dass ich schon sehr oft gelesen habe, gut, habe ich jetzt nicht die Studie dazu, blabla, aber dass Vergewaltigung jetzt nicht per se einfach von Lust, sage ich mal, getrieben ist, sondern dass es da einfach um kranke Machtgelüste oder so geht, weißt du? Und da ist es halt völlig egal, was die Frau anhat. Genau. Also soweit ich weiß, ist das die Hauptmotivation für Vergewaltigung, nicht, oh, ich habe jetzt mal irgendwie Bock, so, dann kannst du auch irgendwie dir einen runterholen. Ich weiß es nicht, aber habe ich schon öfter gelesen. Egal, müssen wir jetzt auch nicht nochmal, könnt euch, lest euch selber durch, vielleicht gibt es da was, vielleicht lese ich auch selber nochmal. Wir haben jetzt übelst lange darüber geredet, man. Ich kann mir auch vorstellen, ja. Ich würde nur nochmal empfehlen, sich das Video anzuschauen, an unsere Hörerinnen und Hörer, sich eine eigene Meinung zu bilden. Wir haben jetzt lang genug gequatscht darüber, glaube ich. Wie auch immer. Wie auch immer. Leute, Tanzverbot ist zurück in Deutschland. Tanzverbot ist zurück in Deutschland. Ja, habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, aber ja, schön. Was viel wichtiger ist, Leute, während ihr das jetzt hört, geht schnell mal euch beim Epic Store anmelden. Es gibt nämlich GTA 5 jetzt für eine Woche for free. Der Epic Store ist implodiert. Aber ich habe es mittlerweile. Ist das ärgerlich, für alle, die es gekauft haben. Ja, habe ich ein paar gelesen, die das vor ein paar Tagen gekauft haben. Aber ich meine, nach sieben Jahren kann es ja auch mal kostenlos sein. Epic Store, jede Woche neues, gerade das Spiel. Keine Werbung. Haha, wir dürfen aber Werbung machen, wir sind ja nicht im Radio. Ja, kann man machen. Watch Dogs übrigens auch vor ein paar Wochen geholt. Noch nicht gespielt, werde ich wahrscheinlich auch nicht machen, aber ich habe es. Lass es, lass es einfach. Dann wird all deine Vision, dass das Spiel geil ist, zerstört. Und andere Unterhaltungsmedien-Sache noch kurz erwähnt. Tony Hawk's Pro Skater 1 plus 2 hat auch so ein bisschen das Internet gesprengt. Die Klassiker von vor über 20 Jahren, jetzt als Remake in HD. Ich bin sehr skeptisch, denn die Animationen, die sehen sehr hakelig aus. Boah. Ich kriege hier schon wieder. Ist es noch in Entwicklung? Das kommt im September. Also eigentlich müsste es zu diesem Zeitpunkt fertig sein. Okay. Jetzt geht es halt nur noch um Shipping und Verpackung und so einen Scheiß. Naja, Tino, es ist diese Woche jemand gestorben. Jemand, den ich eigentlich richtig, richtig geil fand. Ich weiß, wen du meinst. Du sprichst von der japanischen Synchronstimme von Officer Rocky aus Pokémon. Die ist gestorben an Covid-19. Rest in Peace. Absolut, Mann. Was mache ich jetzt nur ohne sie? Ich werde Pokémon nicht mehr auf Japanisch gucken. Vergess das. Ich boinkontiere. Das gebe ich mir nicht. Scheiß Bill Gates, Alter. Jetzt bringt er noch meine Rocko um. Ne, mein Rocko. Rocky. Rocky, nicht Rocko. Rocky, nicht Rocko. Die war es. Officer Rocky. Rocky, oh Rocky. Joy, oh Joy. Ich glaube, Rocko wurde nicht von einer Frau gesprochen. Naja, gut. Aber bei Japan kann ich mir das vorstellen. Doch schon. So ein Goku wurde auch von einer Frau gesprochen. Und Ash Ketchum auch in Deutschland. Naja, auf jeden Fall. Warte mal, war es so ein Goku? Ich glaube, es war so ein Goku. Egal. Was ich sagen wollte, Jerry Stiller ist gestorben, Arthur aus King of Queens. Und ich liebe es wirklich aus Sitcoms mindestens die allerbeste Figur aller Zeiten und vielleicht auch aus allen Filmen, allem Bewegtbild. Ich kenne keine Figur, die ich geiler finde, ohne Spaß. Aber ich habe ihn halt jetzt seit ewig und drei Tagen nicht mehr irgendwie mit neun gesehen. Deswegen, obwohl ich ihn so liebe, bin ich halt einfach unemotional, was das Thema angeht. Das ist halt schade. Er war aber 93 oder 94, langes Leben. Ja, das ist okay. Das Alter ist okay. Ja. Trotzdem sind wir alle traurig und feiern sein Leben und sind dankbar für die tollen Sachen, die er gemacht hat. Ja. Also King of Queens ist mit Abstand meine absolute Lieblings-Sitcom. Die geht einfach über. Und er ist auf jeden Fall mindestens 50% des Grundes. So ein geiler Typ. Ich bin ihm nur sauer, dass er Ben Stiller gezeugt hat. Sonst hat er alles richtig gemacht. Ja, ist okay. Ben Stiller macht nicht nur Scheiße. Ja, so 80% vielleicht. Du bist da nur neidisch. Du mit deinem komischen... Mit den großen Ohren. Ach so. Du bist neidisch auf die Ohren, ja. Ja, aber ich habe im Zuge dessen gesehen, dass Kevin James, also Duck von King of Queens, einen eigenen YouTube-Kanal hat seit ein paar Wochen. Und der ist richtig geil. Der war ja jetzt zuletzt immer sehr verlacht durch hier Paul Blatt Walmart Cop. Alter, das ist super schwer auszusprechen. Also so richtige Scheiß-Filme hat er zuletzt gemacht. Aber der YouTube-Kanal, der ist richtig Premium. Der Kaufhaus-Cop. Der war lustig, finde ich. Genau, der Kaufhaus-Cop. Den fandst du lustig? Den fand ich lustig. Okay, der erste Teil geht, glaube ich, noch. Der zweite wird, glaube ich, noch mehr verschrieben. Aber soweit ich weiß, sind das so auf Metakritik die am schlechtesten, bewertetsten Filme. Ja, ist ja meistens so. Auch Nachts im Museum 2 war ja auch scheiße. Total unnötig. Paul Blatt. Alter. Okay, also der zweite Teil hat 13 von 100 Punkten auf Metakritik. Der erste hat wenigstens noch 39. Naja, immerhin. Ja, das ist schon echt finster. Das ist schon echt richtig finster. Ja, aber sein YouTube-Kanal ist super gut. Und hat durchgehend, also der hat wirklich so gut wie gar keine Dislikes. So 0,00001%. Das kommt richtig gut. Und ist schön. Was nicht so schön ist, Mimi hat gesagt, er hat keinen Bock, sich mit Leon Machère auseinanderzusetzen. Ach, auf einmal. Live zumindest. Ja, live zumindest. Ja, gut, ja. Soll ich das hier mal vorlesen? Hast du es gelesen? Nee, absolut nicht. Ich habe es bei einem Nachrichten-Youtuber gesehen, aber da auch nur überflogen, da habe ich mich nicht genug reingefuchst. Gerne, lies vor. Er sagt, nö, kein Bock, du hast so viel Dreck am Stecken, der würde sogar in 24 Stunden Livestream nicht ausreichen, um der Sache gerecht zu werden. Deswegen kommen fein säuberlich aufgearbeitet die Paybacks nachvollziehbar und klar strukturiert mit Belegen. Ist doch viel besser. Live wäre nur Aussage gegen Aussage plus ein paar Pseudo-Entschuldigungen, weil dir nichts anderes übrig bleibt. Und dann am Ende ein Jahr, jetzt ist ja alles geklärt. Und genau das ist dein Plan. Alles schnell, schnell, schnell und möglichst nicht in die Tiefe gehen. Im Gegensatz zu meinen Videos. Du standest die letzten vier Jahre dreimal live vor mir. Gangtour mit Videopreis-Aftershow und Kollo-Konzert. Ohne Vorbereitung und konntest einfach gar nichts, außer Müll labern und Leute holen. Und jetzt nach vier Jahren sollen alle plötzlich innerhalb von 48 Stunden nach deiner Pfeife tanzen und machen, was du sagst. Absolut lächerlich. Wenn mein Rechner wieder da ist, geht's weiter. Bis dahin kannst du das besagte Video hochladen oder an meine Geschäfts-E-Mail senden. Und dann darunter irgendwie so ein ganz langes, deine Pseudo-Weisheiten kannst du dir übrigens sparen. Jeder weiß, dass du nicht besonders schlau bist, aber mit Kalendersprüchen kompensieren willst. Ja. Das ist so die offizielle Meldung. Herr Rodes, du als großer Fan, was sagst du? War das ein Zitat von Leon Machère oder was war das, das Ende? Nee, keine Ahnung. Das hat Mimi geschrieben gegen Leon. Mimi hat das als Antwort auf Leon geschrieben. Noch mal zum Auffrischen. Leon hat ja gesagt, hey Mimi, melde dich in 48 Stunden und wir klären das in einem Livestream, was alles passiert ist die letzten Jahre. Ja. Und jetzt, ich hab ja, wie gesagt, naja, halt Mr. Trashback hat darüber ein Video gemacht und meinte, hier, Mimi, den hat das jetzt so mitgenommen, der sollte sich einen Psychologen suchen, weil er offenbar immer noch so sauer auf Leon ist. Das ist halt ich persönliche Bullshit. Ich glaub, Mimi weiß einfach, dass das ein Thema ist, dass sich viele Leute ansehen. Könnt ihr euch vorstellen, dass Mimi immer noch so einen krassen Zorn hat, dass er diese Videos macht oder dass es eher so ist, dass er weiß, dass das Content ist? Ich glaub, es macht auch einfach Spaß. Also ich hab ja früher auch sehr viel mehr solche Videos gemacht, wo ich dann irgendwie auf Hater-Kommentare eingehe oder mich über irgendwen lustig mache. Ist halt einfach geil. Freeman Boys. Ja. Also es macht einfach Spaß. Ich hab jetzt auch nie einen großen Hass gegen Freeman Boys oder so gehabt. Es war einfach witzig, die so ein bisschen zu dissen und zu betteln und so. Aber was, also denkst du, dass das der Grund ist, warum Mimi sich offenbar nicht versöhnen will? Na, versöhnen find ich super wack irgendwie. Keine Ahnung. Also versöhnen heißt ja irgendwie, ja, okay, du hast gar nicht so viel schlimm gemacht. Ich finde eher, also das nochmal zusammen ausdiskutieren, wär schon okay. Aber versöhnen fänd ich irgendwie, weiß ich nicht. Gerade live, wenn du's überlegst, da kommen ja dann nochmal Gelder mit rein. Also ich würd's auf jeden Fall machen, ja. Ich find's nicht geil, dass er es nicht macht. Ich würd's auf jeden Fall machen. Aber was denkst du, warum er es nicht macht? Das versteh ich halt selbst nicht. Da muss ja ein anderer Grund dahinter stecken, als den, den er nennt, wenn er nicht hasserfüllt ist. Naja, hat er ja grad so ein bisschen, also in diesem Text sagt er ja was anderes so. Aber es kann ihm doch scheißegal sein, ob Leon dann Müll labert und wenn, dann würde er es ja in wenig Zeit halt wieder auseinandernehmen können. Oder hat Mimi Sorge, dass er nicht die richtigen Argumente findet live? Das kann sein, dass das so ist. Er sagt nur in dem Video, äh, in dem Text, für mich kommt er halt raus, dass er ja nicht will, dass der Leon da quasi rehabilitiert wird durch sowas. Keine Ahnung, aber das kann er ja verhindern. Aber genau das, was er in dem Text sagt, könnt ihr ja auch live sagen. So, Leon, halt die Schnauze, jetzt kommt trotzdem weiter Paybacks, ich bin, äh, so, ne, laber mich nicht dicht. Ja, das, das meine ich, genau. Könnte er machen. Das, das meine ich, deswegen fänd ich halt irgendwie dieses Versöhnungsding irgendwie ein bisschen komisch. Äh, weil dafür hat er einfach zu viel Scheiß gebaut. Aber, also ja, wie gesagt, ich würd's machen, find's schade. Ja. Ich versteh's halt einfach nicht ganz, warum er, warum er das nicht macht. So, das wirkt ja so auch, als wäre er halt nicht so, als wäre er einfach so ein bisschen eierlos, was er halt Leon die ganze Zeit vorgeworfen hat. Ich weiß nicht, was die wahren Gründe sind, so. Also, ich glaub, was er da tweetet, ist nicht die ganze Wahrheit. Oder war's ein Tweet, ich glaub schon? Ne, es sieht nicht aus wie ein Feed, es sieht aus wie ein Instagram-Post oder so. Keine Ahnung. Okay. Naja, ich weiß es nicht. Vielleicht kommt da noch was, dann können wir darüber berichten. Wir sind nämlich immer am Zahn der Zeit, Leute. Übrigens, der Zahn der Zeit nagt auch am Podcast, wir haben schon nicht mehr so viel Zeit. Aber da, wenn ich im Radio laufen, können wir auch zur Not ein paar Minuten über, 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 überziehen. Genau. Ist nächste Woche eigentlich schon die 70. Folge oder ist es übernächste? Ich glaube, übernächste, oder? Okay. Weiß ich grad gar nicht. Oh Gott, oh Gott. Also, nächste Woche 69 und dann 70. Das sind zwei Special-Ausgaben. Das sind zwei Jubiläen, ja? Stimmt. Ich wollte doch ganz kurz... Am 69. machen wir dann Podcasts, während wir alle sechs haben. Geil. Ja. Da müssen wir aber so eine ganz besondere, da müssen wir dann so eine 969-Form, dass, ähm, also quasi, dass jeder den anderen von unten nimmt, aber von einem anderen selbst von unten genommen wird. Das ist halt so ein Dreieck, weißt du? Ja, das gibt's ja. Hab ich gelesen. Was ist das denn für eine Zahl? Das ist ein Dreieck, ein Illuminaten-Dreieck, glaub ich, als Sexstellung. Oh, das Dreieck wurde in der Unreal Engine 5 ganz doll gelobt. Hast du das gesehen, Herr Roles? Das hat nämlich auch so... Äh, da bin ich ja nicht drin, leider. Erklär mal kurz. Das hat auch die, äh, die Internetwelt ein bisschen gesprengt. Unreal Engine 5 hab ich in die Oase gepostet, so ein, so ein Demo-Ding. Und du kennst dich doch da aus, dass, wenn du irgendwie die Grafik so runterbrichst, dass die so in so kleinen Dreiecken verläuft. Oder Polygone? Keine Ahnung, das ist bestimmt auch was anderes, kenn ich mich nie aus. Sag mal das. Na, das ist halt die Rendering-Methode, die du halt hast, wenn du kein Raytracing nimmst, dann wirst du alles halt in so ganz kleine Dreiecke zerlegen. Genau. Dass es halt aussieht, als wären die Dreiecke nicht da. Da gibt's auch Technologien, die dafür sorgen, dass man die Ecken nicht so sieht, dass das Licht an den Ecken nicht irgendwie bricht. Die dann dafür sorgen, dass man in der Regel in modernen Grafiken diese Dreiecken nicht mehr sieht. Ja. Und die Unreal Engine 5 hat halt vorgestellt, Platz 13 auf Trends immer noch, hat jetzt 9 Millionen Aufrufe. Und die sagen halt die ganze Zeit, das fand ich so witzig. Ja, und die Stator hier, die besteht aus 20 Millionen Dreiecken. Und hier, das sind ganz viele Dreiecke. Also wirklich, Triangles wird da sehr, sehr oft gesagt. Das ist sehr witzig. Da hab ich dann auch direkt Tino weggemimt mit seinem neuen Kumpelsbild da. Das ist so ein technisches Computergrafik-Sprech. Ja. Auf jeden Fall sehr beeindruckend. Ich find, die Figur sieht ein bisschen komisch Anime aus so. Aber sonst, die Welt sieht auf jeden Fall krass realistisch aus. Also nice. Ich will dazu sagen, jedes Mal, wenn ich auf Instagram einen Post mache, hab ich immer so ein bisschen Angst, dass ich wieder gemimt werde. Och, du Armer. Und mach mir immer schon Gedanken. Was machen die diesmal? Was richten sie mit meinem Gesicht an? Wir machen eine 15-Minuten-Pro-Sieben-Ausstellung, Tino-Welten. Der arme Junge, er lädt Videos und Fotos hoch und wird weggemimt. Wir können ja bei Pro-Sieben mal anfragen. Die haben eh ein bisschen Probleme mit ihrem Content. Ja. Vielleicht können wir ja zwischen zweimal fünf Folgen Big Bang Theory die 15 Minuten schieben. Dazu auch nochmal, wie dumm ist denn das? Also das ist doch vorher abgesprochen gewesen. Also es war doch vorher klar, oder? Die haben doch, ich hab's halt nicht verfolgt. Also die haben einen Tag vorher irgendeine Show gemacht, die war live und haben die gewonnen und durften deswegen einen Tag später diese Sendung machen? Die war, glaube ich, nicht live. Das wurde am Anfang gesagt. Ich hab Ausschnitte gesehen. Nein, nein, die war vorproduziert. Weil es war ganz viele Menschen im Publikum und so. Die war wohl schon vor einem Vierteljahr aufgezeichnet oder vor einem halben Jahr. Okay, gut. Weil ich dachte, dass da auch schon wieder Bullshit ist von wegen, oh, wir wussten es nicht. Ach, meine Güte. Jetzt dürfen wir hier plötzlich so eine Sendung machen, einen Tag später. Bevor wir jetzt zu Ende sind, kurze Frage wegen Pro-Sieben. Seid ihr an diese New-ESC-Sache angeschlossen? Nein. Man weiß ja nicht, wer für Deutschland antritt. An was? Was geht's? Eurovision Song Contest oder was? Genau, der fällt ja aus. Und dann gibt's jetzt auf Pro-Sieben demnächst, ich mach mal keine Werbung, ich glaub, es ist irgendwie Samstag oder so, ein Ersatzformat. Jetzt kommst du wieder mit Stefan Raab an, oder? Ach so, ja. Ja, ja, genau. Mit Conchita Wurst, glaubst, Steven Gäthchen, irgendwie Podolski soll da auch dabei sein. Steven Gäthchen mag ich. Und die Idee kommt halt von Raab und der hat irgendwie in einem Interview gesagt, ja, wer weiß, wer für Deutschland antritt, das soll ein voll gut aussehender Mann sein. Jetzt fängt Pro-Sieben halt wieder an mit diesem Oh, könnte es Herr Raab sein und so weiter. So eine Scheiße, Alter. Ja, ja, und die könnten halt echt mega ins Klo greifen, wenn das wieder nicht ist, ne? Ah, ja, ja, ja. Okay. Aber es sieht eigentlich so vom Line-Up ganz interessant aus, ich werd vielleicht mal reingucken. Ansonsten, naja, also wenn er sein Comeback feiert, ist das krass, aber es wäre halt einfach richtig lame, wenn's nicht so ist, weil dann wär das wieder so ne Faultier-Sache. Ich kann's mir nicht vorstellen, dass er wieder zurückkommt so schnell ins Klo. Das heißt, er muss halt bedenken, er hat halt, ich weiß nicht, also ob er sich auch denkt so, dass er die besten Witze alle inzwischen gemacht hat, ne? Und deshalb sich lieber Raab macht, immer gehen wir jetzt am schönsten und so weiter. Hat er denn nicht vielleicht einfach gerade relativ junge Kinder oder sowas? Also ich kann mir schon vorstellen, dass eine Person wie er das nicht aushält zu lange. Ja, das war sein Argument, dass er mit seiner Familie mehr Zeit verbringen will, weswegen er halt schon zu Anfang sagte damals, dass er mit 50 abtreten will aus dem Fernsehen. Und er hat halt durchgezogen. Im Gegensatz zu vielen anderen, wie Till Lindemann, der auch damals sagte, mit 50 hört er auf und der ist jetzt schon Mitte 50, macht noch weiter. Hat Raab wirklich gesagt, er will mehr Zeit mit seiner Familie verbringen? Ja, das zählt, in Interviews. Okay, weil, ja gut, das kann sein, weil Raab ist ja so, der steht ja am krassesten dafür, dass er sein Privatleben raushalten will. Und ich muss sagen... Aber gut, so ein Satz ist ja dann gerade noch so möglich. Ich muss sagen, Raab war für mich immer so einer, der konnte gute Shows entwickeln und auch Schlag den Raab war unschlagbar, was er da gemacht hat. Aber seine TV-Total-Sendungen, die waren immer eher so, die guten Gags wurden immer seltener und auch die Interviews wurden immer schwächer und er war immer weniger interessiert irgendwie in die Leute. Ich habe es dann nur noch geschaut, weil ich wusste, dass er bald aufhört. Aber spannend war es eigentlich nicht mehr gegen Ende. Tino hat TV-Total geguckt, so wie Herr Rodes tote YouTube-Kanäle abonniert. Ja, wahrscheinlich. Nee, also ich habe das letzte Jahr, weil ich dann halt eine eigene Wohnung hatte und abends immer länger auf war, ganz viel TV-Total geguckt. Und ich habe auch gemerkt, es hat ein bisschen nachgelassen. Es hat in meiner Sicht die Show nicht schlecht gemacht, aber man hat schon gemerkt, dass es, dass nicht mehr dieselbe Energie da ist, wie halt wir vorher, dass es so ein bisschen nachlässt. Aber als Stand-Upper fand ich den noch nie gut. Ich fand den immer am besten, wenn der auch so Leute getrollt hat und so. Aber dieses Stand-Up am Anfang, das fand ich immer ziemlich panne. Nö, das mochte ich. Da habe ich bei jeder Show mindestens einmal echt laut lachen müssen. Na gut. Also wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob er diese Einspiele erfunden hat, diese TV-Total-Nippel oder ob das schon vorher gab, aber das ist nicht einfach eine mega witzige Sache. Ja, klar, das ist ja nochmal was anderes. Ja, aber er war immer so unsicher. Er hat immer so ähm gesagt und immer auf Schilder geguckt und vom Teleprompter abgelesen. Der war halt nicht mehr konzentriert irgendwie am Ende. Ja, vom Teleprompter ablesen, das macht jeder Late-Night-Host. Aber ich weiß, was du meinst. Ich meine, er hat ja dann auch drei Folgen lang einen Fünf-Minuten-Blog in der Sendung gehabt, wo er sich Hasenzähne reingesteckt hat. Witzig. Ja. Aber trotzdem, heißt jetzt nicht, dass ich gut finde, dass er nicht mehr da ist. Also ich denke, das Problem ist, wenn er jetzt wirklich ein Comeback hätte, der könnte nicht mehr an die alten Erfolge anschließen. Und das ist ihm, glaube ich, auch bekannt. Also wenn er jetzt wieder eine Sendung machen würde, würde die sehr im Schatten von dem stehen, was er früher produziert hat. Und ich glaube, das ist ihm bekannt. Und deshalb wird er wahrscheinlich in der Form nie wieder auftreten. Aber kann sein, dass man ihn noch ein paar Mal sehen könnte. Aber die Zuschauerzahlen nicht, oder? Also zumindest die erste Comeback-Sendung, die müsste eigentlich ziemlich krass sein. Absolut, gar keine Frage. Aber früher oder später würden die Rezensionen halt reinprasseln. Und der würde unter diesem Druck stehen, dass er nicht mehr an die alten Sachen aufholen kann. Ja. Und selbst wenn es nicht so wäre, wäre dieser Druck trotzdem irgendwie da, ne? Naja. Mal gucken. Oh, wir sind über eine Stunde. Ich möchte gerne zum Schluss, bevor wir jetzt zur Bewertung kommen, etwas tun, was ich noch nie getan habe. Denn ich habe letztens so viel... Mit einer Frau schlafen. Ähm, ich habe... Mal nicht gendern. Nein, das kommt alles sehr nah dran, tatsächlich. Ähm, nein, ich war... Mir war letztens so langweilig abends. Und da habe ich mir tatsächlich mal Kommentare durchgelesen auf unsere Brennpunkte. Das mache ich ja recht selten. Und ich möchte jetzt zum ersten Mal einen vorlesen. Lassi hat geschrieben, ich werde, Tino ist so beschäftigt, um das zu lesen. Das auch, der war auch schön. Aber mir geht es von Max Muster. Den lese ich mal so vor und den will ich mal so stehen lassen. Ich will nur vorlesen. Hallo. Ich glaube, ich weiß, was kommt. Ich finde es gut, dass Tino auch mal ein bisschen austeilt. Oder einfach nicht lacht, wenn einer von denen einen Witz macht. Seit Herodes A-Loch am Start ist, wird der Arme ziemlich gemobbt. XD. Außerdem ist er der Einzige mit ein bisschen Grips und Prinzipien. Ich finde nicht, dass die Medienlandschaft links ist oder öffentlich-rechtliches gleich links ist. Keiner von euch ist links, oder? Ich hasse Fremdenfeindlichkeit getarnt als Bierflasche und klatze am HBF-Platz. Deshalb hat mich dieser Verteidigungshaltung von den anderen beiden gegenüber Monte und Joar sind doch nur Assis ein bisschen enttäuscht. Schade, dass Herodes scheinbar keine Erfahrung mit solchen Leuten gemacht hat. Ein Kompliment. Schön, dass Dunkelhäutige nicht mehr so viel schwarzen Humor abbekommen bei euch. Doppelpunkt. Welle. Großes D. Das lasse ich mal ganz kurz so stehen. Ich bin nicht mit einem d'accord, was da steht, aber mit so ein paar Sachen, die stimmen vielleicht. Also ich lasse das nicht so stehen. Ich finde nur, weil jemand nicht deiner Meinung ist, lieber Herr Kommentator, heißt das nicht, dass der absolut keinen Grips hat. Und der Einzige, der deiner Meinung ist, ist der Einzige mit Grips. Das ist ganz großer Käse, den du da verbreitest. Slash vote Diabo. Max Muster, liebe Grüße. Was ich auch noch dazu sagen will, also ich habe das ja auch versucht zu sagen, dass das durchaus Assis gibt, die halt dann am rechten Spektrum langsliden, weil das sehe ich ja auch immer wieder auf dem Bauhausplatz und sonst wo. Aber eine Community von, was weiß ich, wie viele hat der? Der hat doch Millionen Zuschauer. Und die alle in einen Topf zu stecken, ist halt einfach nicht clever. Und genau das ist passiert. Und darum ging es. Da sind halt garantiert auch irgendwelche Beauty-Frauen dabei, die halt finden, ach, der Monte, das ist ein cooler Typ, den gucke ich. Das sind nicht alles irgendwie Assis, Rechte und sowas. Und darum ging es einfach, dass man nicht diese Riesen-Community so in einen Topf werfen kann. Aber was ich richtig finde, ist halt zu sagen, dass das, was Tino für eine Meinung hat, dass das echt unser Spektrum deutlich erweitert. Das ist natürlich ein sehr großer Gewinn. Denn auch wenn ich häufig sage, ey, halt mal den Ball flach und so, aber das ist einfach Teil des Meinungsaustauschs. Nee, ich sehe es sehr ähnlich. Und das nochmal zu sprechen, möchte ich einen Kommentar von vor drei Wochen vorlesen. Unter dem Brennpunkt Internet 65. Jetzt hat er sich eingerahmt, ausgedruckt und eingerahmt. Nicer Boy, vor drei Wochen. Durch Herodes hat dieser Podcast so an Qualität gewonnen. Danke. Ich wusste auch, dass dieser kommt. Ich lese nämlich immer alle Kommentare. Ich lese auch alle, sonst wäre ich ja nicht drüber gestolpert. Wie soll ich denn nur alle Guten lesen? Das geht ja gar nicht. Ich stimme auch dem Kommentar zu. Ja, Tino. Wie ist denn das eigentlich? Bin ich jetzt im Brennpunkt oder ist es jetzt nur Corona-bedingt? Ich habe das nie hinterfragt. Früher hieß es noch so, ey, willst du ausnahmsweise im Brennpunkt dabei sein? Und jetzt inzwischen ist es so, ey, morgen nehmen wir auf. Ja, also ich sage auf jeden Fall, dass ich viel, viel lieber in Person aufnehme. Da fehlt einfach was. Wenn man halt so über funkt. Das ist halt uncool, finde ich. Also dieses, das ist das Einzige, was mir auch am Radio so fehlt. Dieses klare, okay, wir gehen jetzt da rein und nehmen jetzt eine Sendung auf. Das ist schon irgendwie viel wert, finde ich. Wir brauchen halt nur ein Studio. Ja, nicht zwangsläufig, aber also auch dieses Delay und so, das ist halt alles ein bisschen unelegant. Das nimmt so echt ein bisschen den Flow raus. Also es ist suboptimal. Okay, also fliege ich dann wieder raus. Du bist immer gern gesehen, aber ich würde halt schon, ehrlich gesagt, lieber einfach in Real Life aufnehmen. Gern gesehen, aber nicht gehört, ich verstehe. Oder wir legen dich als Handy noch daneben. Nee, ich verstehe schon, was du meinst. Also machen wir dann wieder ganz normal ein paar Dummcasts weiter und sagen, dass der Brennberg scheiße ist. Genau. Und der Flottcast bitte auch. Stimmt, wie wär's mit Folge 3? So schnell. Und, ähm. Stimmt, hat Zeit. Ich finde auch, also ja, ein bisschen Tino-Mobbing kann man auf jeden Fall mal machen. Aber ich finde auch genauso, dass ich bei anderen, und ich denke mal, Herr Odes wird mir das bestätigen, weil er das oft Kreiswichserei genannt hat, dass ich bei anderen Themen sehr viel mehr bei Tino bin als bei ihm. Ich finde es ja auch wichtig, dass wir uns widersprechen, dass wir auch mal frech sind zueinander. Das sehe ich ja auch nicht als Problem an. Ich wollte nur den Kommentar mal vorlesen und sage ja auch, dass ich nicht zu 100 Prozent damit d'accord gehe, aber da steckt viel Wahrheit drin. In manchen Punkten. Lieber Max Muster. Wenn ich auf Dates bin, steckt da auch manchmal viel. Egal. Wie war die Woche? Sorry, der ist nicht wirklich reflektiert. Man kann Leute kritisieren, aber zu sagen, dass Tino der Einzige mit Verstand ist, das lässt einfach drauf schließen, dass der nur Sachen relevant und wichtig findet, die seine Meinung unterstreichen. Ja. So argumentieren Verlierer. Insofern ein sehr schlechter Kommentar. Wenn ich wirklich gegen dich verlieren würde, wäre es für mich ja völlig in Ordnung. Aber ich denke, gerade bei Meinungen gibt es nicht unbedingt immer Verlierer und Gewinner. Da gibt es Konsens und es gibt Wissenserweiterung. Eigentlich gewinnt man immer bei Meinungsaustausch, wenn man offen ist. Also in Nordkorea gibt es schon Gewinner und Verlierer, was Meinung angeht. Ja. Komm, dann sprechen wir das noch an. In Hongkong gibt es natürlich auch Gewinner und Verlierer. Da wird jetzt ein Gesetz priorisiert, das es mit Gefängnis bestraft, wenn man die chinesische Nationalhymne bebuht. Dann wäre ja bei uns Sarah Connor im Gefängnis. Stimmt. Nee, alle, die das gehört haben, wie sie gesungen haben, oder? Äh, wie sie gesungen hat. Das war doch hier Brüh im Lichte, ne? Ja, Brüh im Lichte. Ja. Ja. Gut. Und das fehlt uns vielleicht auch noch, um die Woche zurück zu schrauben und zu bewerten. In Rom ist ein Erdloch aufgegangen und hat einen 2000 Jahre alten Fußweg revealed. Und normalerweise ist die Stelle super crowded, aber durch Corona war da keiner, also ist keiner gestorben oder verletzt worden. Ist das nicht schön? Ja. Corona ist nicht nur schlecht. Genau, das will ich damit sagen. Danke Bill Gates dafür. Was geht bei der Woche? Wenn wir jetzt eh noch überziehen, würde ich ganz kurz ein paar Punkte nur ansprechen, die für mich in der Woche wichtig sind. Und zwar, ähm, der Kemmerich hat wieder Mist gebaut, äh, laut offizieller Meinung. Ach ja, das war diese Woche, Alter. Das war letzte Woche erst. Er ist nämlich, äh, in einer, ja, Demo, ähm, mit einer Demo mitgelaufen in Gera, die auch so Anti-Corona-Maßnahmen ist. Und die wurde wohl organisiert von, naja, ich sag's mal, pädagogisch mit leicht rechtslastigen Menschen. Und auch die AfD ist mitgelaufen und andere Verschwörungstheoretiker und auch Neonazis und Kemmerich mittendrin. Und hat auch eine Rede gehalten und hat sich wohl auch nicht an die, an die Maßnahmen gehalten, die für Demos gelten. Er hat deswegen einen auf den Sack bekommen vom, vom Bundesvorstand und auch wohl von der Polizei so ein bisschen. Und, äh, er hat sich dafür entschuldigt, hat wieder gesagt, er hat einen Fehler gemacht. Und, ähm, ja, das fand ich interessant. Und ich hab mir vorgestellt, wie geht denn eigentlich heutzutage die Polizei mit radikalen Demos um? Und da kam mir die Idee, warum nicht Demos einfach erlauben und statt Wasserwerfern so Desinfektionswerfern mitfahren lassen. In die Augen rein. In die Augen. Genau, das ist der Punkt. Naja, ja, doch, hat, hat Zukunft. Ich fände es witzig, aber ich glaub, das gibt's leider nicht. Da noch, da noch ein, also, ja. Ja, hab ich mitbekommen. Ich hab ich mitbekommen. Ich will an dieser Stelle einhaken, falls du zum ganz anderen Thema kommst. Ja, gerne, gerne. Weil auch MCM wieder diese Woche und so. Was zur Hölle sagen die Leute denn, dass sie für Freiheit kämpfen? Also, was ist denn, also, gerade in Weimar vor allem, ja. Ich glaub, Weimar war die erste Stadt, die diese Woche die Außengeschäfte wieder aufgemacht hat, die Restaurants oder so. Hab ich das richtig mitbekommen? Ich glaub, es war bundesweit die erste Stadt. Genau, und, äh, gerade halt in MCM oder halt Leute in Weimar oder auch in Thüringen, die sich darüber aufregen. Was ist denn genau jetzt der Punkt, warum wir nicht frei sind? Weil wir die, die Atemmasken tragen müssen? Na, es ist ja schon... Die Atemmasken, die gesundheitsschädigend sind, wo man auch einfach ein fucking T-Shirt nehmen kann? Ja, es ist halt schon eine Freiheitseinschränkung, aber ich finde eine angemessene derzeit. Ich meine nur, du bist ja, also, soweit ich weiß, bist du in deiner Bewegungsfreiheit null eingeschränkt. Du kannst ja überall hingehen und fast alles hat wieder offen, mehr oder weniger. Ja. Du musst halt nur in manchen Geschäften eine Maske tragen, wo du, wie gesagt, alles für nehmen kannst, wenn du sagst, oh ja, diese, diese offiziellen Masken, ja, da ist eine Chemie drinne und so eine Scheiße, weißt du? Dann nimm halt ein T-Shirt. Ich kann dir... Diese, äh, diese, diese... Bewegung. Herr Rodes. Okay, diese Bewegung ist halt meiner Auffassung nach echt eine, eine, eine wahre Gefahr, der wir gerade mehr oder weniger ausgesetzt sind, dass die Dummen halt gerade echt viel anrichten können. Und ich mache mir tatsächlich da ein bisschen Sorgen, dass das wohin führt, was echt richtig unangenehm sein könnte. Ja, ich meine jetzt nur, abgesehen von Verschwörungstheorien und so, wir werden alle gechippt, weil das passiert ja de facto gerade nicht, dass sie irgendwie die Protestierenden aktiv gerade Nadeln in den Arm kriegen. Was genau? Also kann man die nicht so entwaffnen, indem man einfach fragt, inwiefern ist denn deine Freiheit jetzt gerade eingeschränkt? Ich weiß nicht, wie man die entwaffnen kann. Ich habe noch keine Lösung gefunden. Ja, eigentlich mit Fakten, aber die haben ja ihre eigenen alternativen Fakten, ne, die sie glauben. Leider nicht. Leider nicht. Was mich auch kurz zum Nächsten führt, nämlich Ken Jepsen, der diesen Kanal hat, Ken FM. Als Joker. Genau. Der hat wohl als Joker geschminkt, was ich eh unseriös finde. Dazu aufgerufen, keine Masken zu tragen aus Protest gegen die Maßnahmen. Und er ist jetzt selber fotografiert worden, wie er eine Atemschutzmaske getragen hat in der Öffentlichkeit. Und wie er sich noch verstecken wollte mit Sonnenbrille und Kappe und so einem Umhang über dem Kopf. Aber man konnte ihn quasi verifizieren, dass er gegen seine eigenen Prinzipien verstößt. Das fand ich sehr interessant. Teinlich. Zum einen muss man halt akut gegen so eine Scheiße vorgehen. Zum anderen wäre so ein Vorgehen wie ein Argument dafür, dass wir in einer Diktatur leben. Ja. Das ist, was die Sache für mich so schwierig macht. Ja, aber das hat ja nicht, der Staat hat ja ihn wahrscheinlich nicht identifiziert. Nee, es geht mir darum, dass der so eine Scheiße verbreitet und dass Leute darauf hören und damit wieder zur Gefahr werden. Für alle. Achso. Ja, okay. Ich dachte, du meinst jetzt, dass er hier irgendwie denunziert wird als, guck mal, der trägt Maske oder ... Nee, das zeigt einfach nur, dass er dumm ist. Aber das stand ja nie in Frage so. Ja, der ist halt nicht super dumm. Ich glaube, der ist einfach nur ein bisschen fanatisch in sich, sich in was reingedacht hat die letzten Jahrzehnte. Der sagt ja immer wieder, der macht alles für seine Kinder, bla bla. Der hat Kinder, oh Gott. Und ich finde es alleine irgendwie so, dass er als Joker auftritt, so der Anarchist vor dem Herrn, so. Ja. Das ist alles ein bisschen strange. Naja. Und das letzte, was wir ... Ich finde es einfach mega grüßlich, dass gerade so viele Dumme so viel Macht haben und es so viele werden, die darauf hören. Das sieht man einfach in den Kommentaren und so weiter. Total gruselig eigentlich. Also ich hoffe, dass in diesen Telegram-Gruppen ein großer Anteil an Leuten ist, die einfach nur reingucken wollen, ist das wirklich so dumm, was hier abgeht. Weil das habe ich ja mitbekommen, dass in der Oase durchaus auch Leute das tun. Und ich habe ja auch schon mal reingeschaut, nicht weil ich ... Oh ja, was hat er denn jetzt wieder für geile Infos? Sondern ich will mir das angucken und sagen, oh wie dumm. Und ich hoffe, dass das einfach sehr viele tun. Weißt du, dann steht da halt 50.000 Leute, gucken sich das an, aber wenn die Hälfte davon den auslachen, ist es halt nicht so schlimm. Das wäre wünschenswert. Ja. Ich habe noch eine letzte kleine Sache, also eine kleine Sache in Anführungsstrichen. Es gab ja den Fall von einer Londoner Bahnhofsangestellten, die von einem Corona, also von einem unbekannten Mann ins Gesicht gespuckt wurde mit den Worten, ich habe Corona, hier hast du es jetzt auch und hat sie angespuckt, was schon in den Medien war. Und die Frau ist jetzt gestorben vor ein paar Tagen an Corona tatsächlich und das finde ich halt ... Die Angespuckte. Die Angespuckte, genau, die ist gestorben. Eieieiei. Und der Mann ist noch nicht ermittelt worden, aber die ist halt auch Mutter von einem Kind irgendwie. Und wegen so einem Blödsinn ... Jetzt nicht mehr. Von so einem Blödsinn halt musste sie halt jetzt sich das Leben nehmen lassen. Also finde ich lächerlich und schade und ja, das macht mich einigermaßen ... Richtig und schade, das ist einfach nur übelst Grausam, das ist halt faktisch Mord, das ist nicht mal Totschlag. Richtig. Ja. Hart. Also wenn der gefunden wird, dann hat der einfach in den Knast zu gehen für immer, fertig. Also für immer im Sinne von Mord lebenslänglich. Toll, Tino. Schön nochmal einen Downer hier reingedrückt oder was? Ja, tut mir leid, aber so ist die Realität, ja. Die ist nicht immer nur schön und lustig und frauenfeindlich. Dann sagen wir schon ... Ja, das ist genau das, was ich meine, das ist genau diese Dummheit, das ist so gefährlich, da sterben einfach ... da verliert ein Kind eine Mutter wegen dummen Menschen. So, das kann doch ... da muss doch was gemacht werden, da muss doch irgendeinen Weg geben. Ja. Ja, das hatte ich doch auch vor zwei Wochen schon mal in den Raum geworfen, oder? Ab welchem Punkt kann man sagen, dass das halt gerade irgendwie strafbar ist? Aber klar, das würde halt dann auch nur wieder Öl ins Feuer gießen. Oh ja, jetzt dürfen wir unsere Meinung nicht mehr aus Aachen. Hey, ich finde, was wir bräuchten, ist halt wirklich mal eine Diktatur, dass da was passiert so. Also ich bin inzwischen mehr der Diktatur zugeneigt, als dass wir diesen Dumm da eine Bühne geben. Ja, das ist aber auch schwierig. Das ist halt super schwierig. Du bist dann immer nur pro Diktatur, solange es halt deine Ansicht vertritt. Und sobald es dann schwingt, merkst du, okay, so geil ist es halt nicht. Es geht nicht um meine Ansicht, es geht um Forschungsergebnisse. Was? Forschungsergebnisse? Die Leute leugnen, dass dieses Virus fucking gefährlich ist. Du meinst so eine Art Technokratie, also dass halt die Wissenschaft die Politik leitet. Irgendwas, was dafür sorgt, dass die die Fresse halten. Eine Kalaschnikow. Boom. Oder ratatatata. Wie war die Woche, Leute? Was sagt ihr? Ich muss gleich los. Steinmeier hat gesagt, Wundschutz empfehlenswerter als Aluhut. Ist ein bisschen positiver. Ja. Ist ein witziges Zitat, was relativ rumgegangen ist. Hat er recht. Ich gebe der Woche, weiß ich gar nicht, was ist denn, ja, dieses Video halt, ne? Aber sonst, ja, GTA 5, Tony Hawk, Jerry Stiller. Für Jerry Stiller gebe ich noch einen extra Punkt. Ja. Bin ich irgendwie bei 6 oder so. Ich wäre auch mit einer 7 grün. Ich sage 6, 5. Aber nur wegen dem Video hauptsächlich, oder? Dann 6, 5. Gut, sagen wir mal 6, 5. 6, 5. Gehe ich mit. Okay. Schön. Sorry fürs Überziehen. Sorry für die 15 Minuten extra Zeit, die wir euch genommen haben, liebe Fans. Ja. Sorry an den Kommentarschreiber, den Herr Rodes so beleidigt hat. Ich leck dir die Eier. Alles gut. Aber nein, ich leck dir nicht die Eier. Das wäre dann nämlich übergriffig. Und das machen wir nicht. Nur wenn du es möchtest, Max. Nur dann leck dir Robin die Eier. Okay. Und ich möchte darauf hinweisen, dass... So schreibe ich jetzt die ganze Influencerin an. Ey, nur wenn du es möchtest, schicke ich dir jetzt ein Dickpick. Möchtest du? Fragezeichen. Ja, das ist doch viel besser. Dann frag doch vorher. Richtig. Würde ich akzeptieren. Da kann man doch dann... Aber ganz ehrlich, dann würden die das auch als anzüglich verstehen. Aber ich bin jetzt raus. Mann. Ich habe doch diese ganze Diskussion auch mehr oder weniger nur angesprochen, weil halt die Empfindlichkeit einfach ein bisschen zu sehr geschifftet ist zu, was genau ist denn schon Belästigung? Und wenn du jemanden halt einfach im Club ansprichst oder ein Kompliment machst oder so, ist das keine fucking Belästigung. Nein, das nicht. Das nicht. Und das ist aber in den letzten Jahren schon so ein bisschen... Nicht bei allen, natürlich. Wieder nicht bei allen. Aber, ne? Ich habe es auch live gesehen, wie die Leute schon übelst ausgerastet sind, weil sie halt im Club einfach nur angesprochen wurden. Und das ist einfach nur dumm. Ja, sehe ich genauso. Okay. Aber das Video ist toll. Schön, dass Sie es gemacht haben. Schön, dass ProSieben da mitgemacht hat. Bla, bla, bla. Und wir verweisen auf die Brennpunkt-Hörerwünsche. Ihr könnt uns gerne buchen für 20 Euro. Eine Stunde. Ein Thema eurer Wahl. Wir haben jetzt erst vor kurzem einen gemacht über Narzissmus und einen, wo ich alleine im Studio war, wo Robin nicht rein durfte. Mit einem Stargast quasi. Und ihr könnt gerne noch mehr Brennpunkte kaufen. Ein Stargast, der mal in einem Simplicissimus-Video war. Ja? Warst du mal in einem Simplicissimus-Video? Nein. Siehste? Ich auch nicht. Also, Leute. Kauft einen Hörerwunsch. Tino hat es gesagt, ihr könnt uns buchen. Weiber konnte gebuchen Wald. In diesem Sinne ist die Luft jetzt auch raus aus den Wortwitzen. Und die Musik ist so unerträglich gerade schon wieder. Meine Güte. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bis nächste Woche. Tschüss. Bye, bye.